In der originalen Fassung von Star Wars Episode 6 Die Rücker der Jedi-Ritter wurde der Machtgeist von Anakin Skywalker von dem Schauspieler Sebastian Shaw verkörpert. In der Remastered-Infassung von Episode 6 aus dem Jahre 2004 wurde Anakin dann allerdings von Hayden Christensen verkörpert und widerspiegelte einen jungen Anakin Skywalker. Doch weshalb genau war der Machtgeist von Anakin so jung, wenn Darth Vader zu diesem Zeitpunkt doch so alt war? Diese Frage werde ich in diesem Video klären. Und für weitere Star Wars Videos dürft ihr natürlich gerne diesen Kanal abonnieren und das Video liken. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns ein Interview von George Lucas anschauen, in welchem ihm genau diese Frage gestellt wurde. Lucas sagte dort, dass der Machtgeist eines Jedi auch den Jedi widerspiegelt. Denn als Darth Vader starb, war er wieder Anakin Skywalker und genau dies wollte Lucas damit symbolisieren. Auch in der Novelization zu Episode 6 gibt es allerdings eine Antwort. Als Vader starb, dachte er über seine schrecklichen Taten nach, die er all die Jahre anrichtete. Und vor allem dachte er die gesamte Zeit über sein Aussehen nach. Er war stark und groß mit einem Auge, das alles im Leben mit einem Zwinkern nahm. Ja, so schaute ich einst aus. Ein Machtgeist ist in der Lage, selbst aufzutreten oder auch in Form von Visionen oder Stimmen. Aber eines ist klar, nur ein Jedi ist in der Lage, ein Machtgeist zu werden und genau deshalb wurde Anakin Skywalker in Episode 6 jünger gemacht, um noch einmal mehr zu symbolisieren, dass der Tod Vaders die Wiedergeburt Anakins war. Aber was meint ihr dazu? Findet ihr den jüngeren oder den älteren Machtgeist von Anakin aus Episode 6 besser? Schreibt mir dies gerne in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video.